Du stehst gerade vor einem Halt zeigenden Signal und wartest auf deine Weiterfahrt in Richtung Konstanz, kommend aus Stuttgart. Gute Weiterfahrt! Ja, und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator. Wir fahren heute wieder mal auf der Strecke Konstanz-Villingen. Und ja, wir haben einen Intercity-Zugverband hinten dran, Baureihe 101, in einer ganz speziellen Lackierung. Nämlich haben wir hier noch einen Werbeaufdruck. Wir arbeiten hart für jede Sekunde Pünktlichkeit. Hashtag Zukunft Bahn. Und ja, auch ich arbeite hart für jede Sekunde Pünktlichkeit. Und ja, da wären wir eigentlich schon so ein bisschen bei einem Thema, was ich gerade mal ansprechen möchte. Und zwar möchte ich ganz, ganz, ganz herzlich dem Matthias danken. Der hat eine wirklich sehr großzügige Spende für den Kanal getätigt. Und deshalb wirklich an der Stelle vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr schön von dir, dass du meine Arbeit zu schätzen warst. Ganz großes Lob. Das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall noch losgeworden sein. Und dann würde ich mal sagen, legen wir auch mit dem eigentlichen Video los. Und ja, Intercity-Zugverband. Die Wagen selbst von TTB. Vorne dran Steuerwagen von Virtual Railroads. Und die Lokomotive Baureihe 101 natürlich auch von Virtual Railroads. Wir stehen hier gerade auf einem, ja, Gleis, was in die Hauptsteige einmündet. Wer mir zufällig gerade ein Auto-Spawn erwischt. Sieht ein bisschen unnormal aus, aber okay. Und ja, die Flügelsignale zeigen noch Halt. Fahrplan haben wir heute leider nicht dabei. Wir fahren allerdings heute mit PZB, Sifa und LZB. Also heute mal volles Programm. Habe ich mich mal zu überreden lassen. Ja gut, LZB braucht noch einen Moment. Jetzt. So, dann können wir die Meldung noch schnell wegklicken. Und dann schalten wir uns hier entsprechend mal die Beleuchtung in den drin ein. Wir schalten die Instrumentenbeleuchtung ein. Da kommt auch schon eine Baureihe 143 mit Doppelstockwagen an uns vorbeigesaust. Sehr schön. Wir stehen hier in Hattingen. Einem kleinen Bahnhof auf der Strecke Konstanz-Villingen. Und da kommt auch schon Baureihe 185 von Lokomotion. Gleich im Doppelpack. Die 661 mit der 666. Eine rollende Landstraße hinten dran. Sehr schön. Gut. Wir kümmern uns aber derweil um unseren Zug. Verlegen den Fahrtrichtung, sondern die Stellung V. Und dann sind wir eigentlich soweit auch abfahrtsbereit. Wie gesagt, Stromanümer an der Lokomotive ist schon oben. Hauptschalter an der Lokomotive ist auch eingeschaltet. Und ja. Und ich freue mich auch, euch berichten zu können, dass wir jetzt in Zukunft weniger, ich sage mal, Geisterzüge sehen werden. Mit anderen Worten, ich habe den Fehler gefunden, wieso bei mir teilweise manche Lokomotiven nicht richtig angezeigt wurden. Also da könnt ihr euch auch in Zukunft wahrscheinlich fast immer, ein paar kleinere Ungereimtheiten wird es bestimmt noch geben, aber ja, wirklich fast immer auf, ja, vollständig angezeigte Züge freuen. Gut. Wir haben dann jetzt gleich nichts mehr weiter zu tun, abgesehen davon die Bremse zu lösen und darauf zu warten, dass das Signal auf freie Fahrt umspringt. Der Streckenblock hier vor uns wird jetzt noch eine Weile belegt sein. Wir ziehen dann entsprechend der rollenden Landstraße hinterher und dadurch wird es eventuell an einer oder anderen Stelle mal zu haltzeigenden Signalen kommen. Auf jeden Fall werden ein paar Langsamfahrstellen drin sein auf der Fahrt. Und ja. Solange wir natürlich unseren Fahrplan einhalten, ist alles gut. Wir werden heute unter anderem halten in Engen, in Singen, in der Radolfzell, in Konstanz und dann geht es für uns zu guter Letzt noch in die Abstellung, wo wir dann den Zug, ja, wie es der Name schon sagt, abstellen und ja, für die weitere Fahrt eben hinterlassen. So, ich möchte jetzt gleich auch noch unbedingt sehen, wie sich das Flügelsignal hier bewegt. Sieht man nämlich nicht oft. Schon gar nicht in der Realität. Da sind nämlich die meisten Flügelsignale tatsächlich schon vom deutschen Streckennetz verschwunden. Was eigentlich sehr schade ist. Ja, die Strecke selbst gibt es natürlich auch von Virtual Railroads. Alles ist da im Online-Shop erhältlich. Und ja, ungefähr eine Fahrtdauer, ich schätze mal 50 Minuten. Ah, schön. Einwandfrei. Wir lösen die Bremse. Dann dürfen wir aus diesem Gleis mit 50 Stundenkilometern ausfahren. Also wir haben hier tatsächlich die Berechtigung, mit 50 zu fahren und nicht wie, ja, normalerweise mit 40. Obwohl signalbedingt wären ja eigentlich 40. Ja, wir fahren mal mit 40 aus. Auch wenn es die Strecke eigentlich zulässt. Ja, die Sonne, die scheint hier noch richtig schön durch unser Seitenfenster hinein. Das müsste kurz vor Abend sein. Genau, 18.40. Und dann geht es jetzt hier die Steigung hinunter. Wir können dann schön die E-Bremse von der 101 nutzen. Das macht sich eben auch so bei Talfahrten sehr, sehr, sehr schön. Die Sifa vergessen wir natürlich nicht. Und dann willkommen im Hattinger Tunnel, wo wir 90 Stundenkilometer fahren dürfen. Bremsen entsprechend gelöst. Hier sehen wir jetzt auch nochmal sehr, sehr schön die MFA-Leuchtmelder. MFA steht für Modulare Führerstandsanzeige. Ja, und ein bisschen Gas kann man auch geben. Es ist sehr ruhig im Steuerwagen hier vorne. Es ist sehr angenehm. Und auf 90 hoch mit der Geschwindigkeit. Hat man relativ selten an solchen Steilstrecken. Aber hier im Schwarzwald, da ist es möglich. Und jetzt kreischen die Räder schön. Da greift entsprechend der Radkranz dann auf der Außenseite der Kurve in die Schiene stärker hinein. Dadurch kommt dieses Gekratzer zustande. So, entsprechend hier mal, wenn die Sonne so stark reinschaut, das Führerschanzlicht komplett ausgeschaltet. Ich meine, gut, die Sifa, die hören wir. Und die fühlen wir auch spätestens dann, wenn es einmal ganz laut zischt und die Notbremsung eingeleitet wird. Aber sollten hier doch irgendwelche anderen Leuchtenmelder auftauchen, oder was heißt auftauchen, aufleuchten, dann sollten wir das natürlich mitbekommen. Ja, da schlängeln wir uns die Schwarzwaldrampe hinunter. Zugelassen sind die Wagen natürlich für 200 Stundenkilometer. Intercity-Eilzug-Tempo. Aber die 200 Stundenkilometer werden wir auf keinen Fall auf diese Strecke ausfahren. Das wäre ein bisschen zu viel. Ich denke mal, wir werden uns hauptsächlich im Bereich zwischen 90 Stundenkilometern und, ich würde mal sagen, so gelegentlich 140 bewegen. Immer schön Strom sparen mit der I-Bremse. Dann wird nämlich Leistung in die Oberleitung zurückgeschweißt. Die neuen Elektro-Lokomotiven haben diese Möglichkeit. Sinkt natürlich in unserem Fall auch hier für unsere fiktive Deutsche Bahn AG die Stromkosten. Die freuen sich natürlich auch drüber. Und Zukunft Bahn. Ja, mal schauen, was die Bahn so in Zukunft noch für uns offen halten wird. Ja, ein bisschen stärker anziehen. So, inzwischen das Speichern sollte ich auch mal. Nicht, dass mir hier der Transmonator abkratzt und wir dann mit unserem Popöchen auf dünnem Eis sitzen. Um das mal höflich zu formulieren. Ja, die erste Bremsstellung ist im Simulator auch zu stark. Dann sinkt die Geschwindigkeit trotzdem. Wir könnten uns, glaube ich, mit der Lokbremse relativ gut ausgleichen. So, dass wir eben kaum, sag ich jetzt mal, nachbremsen müssten. Dazu nehmen wir erst mal sie bestätigen. Okay. So, E-Bremse leicht rein. Nehmen wir mal die erste Stellung. Und dann hätten wir hier die Lokbremse. Da muss ich jetzt ganz genau auf den Tau schauen. Ich weiß manchmal gelegentlich eigentlich nicht so. Aber der Einfachheit halber. So. Und jetzt haben wir hier eine schöne Kombination aus Lokbremse und elektrischer Bremse. Dann wurden im Grunde genommen die eigentlichen Wagen, die hier an unserem Zughaken von der Lokmotive hinten dranhängen. Die sind jetzt alle nicht gebremst. Die ziehen quasi den Zug nach unten. Also in Richtung Tal. Lediglich hinten die Lokmotive bremst einmal mit der elektrischen Bremse und mit den normalen Luftdruckbremsen, die an der Lokmotive montiert sind. Oh ja. Jetzt habt ihr zumindest mal die Sifa gehört. So hört die sich im Steuerwagen an. So und jetzt müssen wir sowieso runter. Bremsen auf 80. Wunderbar. Keine Beeinflussung. Gut, dann Lokbremse los. Ach gut, jetzt sind eine E-Bremse und Luftdruckbremse voneinander entkoppelt. Und halt erwarten. Bitte wett grün, bitte wett grün. Nein, das möchte nicht. Oh, ist heute irgendwie die Kamerasteuerung ziemlich, ja ich sag mal, schnelllebig. Ach, sehr schön. Wir überholen wahrscheinlich die Rollen der Landstraße hier an der Stelle. Aber wieso haben wir denn rot? Und zugegeben, Herr Kollege, das ist hier ziemlich knapp. Sehr knapp sogar. Ja, piep. Wir sind 130 kmh. Deswegen meldet sich wie immer die Türsteuerung 101,036. Unsere Züge schonen die Umwelt. Unsere Preise ihren Geldbeutel. Die Aussage lasse ich an der Stelle einfach mal so stehen und gehe darauf mal nicht ein. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Boah, komme ich mir vor, wie in der unteren Zugart hier. 500 Hertz bei 25 Stunden können wir dann. Naja gut, so oder so halt. Von daher macht das keinen großen Unterschied. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir öffnen dann hier in Engen mal die Türen. Lassen die Fahrgäste zusteigen. Ja, wunderbar. Ja, wir dürfen heute nicht vergessen, dass wir ja einen Personenzug oder einen Personenzug mit Steuerwagen fahren und hinten dran die Lokomotive schiebt. Denn dann können wir jetzt hinten, ich sag mal, den Schwanz des Zuges ein wenig über den eigentlichen Bahnsteig hinaus oder hinüberstehen lassen. Aber wir dürfen mit dem Steuerwagen nicht zu weit nach vorn fahren. auch süß. Ja, ich hoffe natürlich, ihr bleibt noch ein bisschen während des Videos bei uns. 185 Lokomotiv Ja, darauf wurde die Lokomotive wahrscheinlich getauft auf den Namen. Nehme ich jetzt mal an. Oder Paul heißt die kleine Figur, die an der Lokomotive aufgemalt ist. Aber die, ja, die sind auf der hinteren Lok aufgemalt. Die Fahrdienstleitung lässt jetzt den die Rollen der Landstraße voraus fahren und du fährst ihn eher bis Singen hinterher. Ab Singen hast du dann nur HP1. Nur noch HP1. Okay. Ja, Satzbau ist jetzt ein bisschen komisch gewesen, aber... Ja, hier vorn drin sitzen dann die Personen. So ungefähr sieht eine rollende Landstraße aus. Hinten dran ganz zuverlässig die Zugschlusstafeln. Ja, ein Arrkäse, Ganzzug könnte man sagen. So, wir fliegen ganz fix mal zurück zu unserem Personenzug. Die Türen haben sich hier bereits schon geschlossen. Wir warten hier natürlich am Bahnsteig weiterhin, bis das Signal von HP0 auf freie Fahrt umspringt. Sehr schön hier auch gerade die Relaischaltung zu hören. Damals wurde das eben noch mit Relais gemacht. Da hat man tatsächlich noch diesen, ich sage mal, mechanischen Schaltvorgang im Hintergrund hören können. Und der ist natürlich dann für dieses Wechselblinken zuständig. Einmal frei, es geht weiter. da. 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 So, schön langsam aus dem Bahnhof raus, nicht mehr als 25 fahren. Oh, schön SBB-Cargo hier. So, die vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzung ist hier aus dem Bahnhof aufgehoben. Dafür steht der Pfeil und der Zug hier zieht an uns vorbei. VTG Kesselwagen machen wir das. 80 darf gefahren werden, später dann 130. Naja gut, Leistung können wir schon mal rausnehmen. Wir haben ein weiteres Mal Halt zu erwarten. So, hier nehmen wir jetzt mal nur die Lok, äh, nicht Lokbremse, die elektrische Bremse. Die reicht hier wirklich vollkommen aus. Genau, und hier dann 130. Bei 40 lösen wir dann die E-Bremse wieder. Ist aber ungewöhnlich, dass man die, äh, rollende Landstraße vor den Intercity lässt. Ich meine, wenn im Fahrplan technisch die Lücke groß genug ist, dann ist das kein Problem. Boah, dieses schöne Zischen. Ach komm, liebes Hauptsignal, werdet doch bitte grün. Ich wette mal genau dann, wenn wir stehen, wird das Signal grün. So, wir brauchen sie nicht übertreiben mit auffahren. Die E-Bremse kann rausgenommen werden in den unteren Geschwindigkeitsprofilen. Dann greift die sowieso nicht. Das müsste ja dann auch bei der 101er an der Lokomotive das Wirbelstrombremsen, ähm, ja, ich sag mal Prinzip sein. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die E-Bremse da derartig greift. Auf jeden Fall ist es bei einer, äh, Schnellbremsung, beziehungsweise Notbremsung in den ICE-Zügen so. Da werden dann die Wirbelstrombremsen bis auf wenige Millimeter, ja, auf die Schiene hinabgelassen. Und die Wirbelströme bremsen dann entsprechend den Zug. 114. Dostowagen und hinten dran der Wittenberger Steuerwagen. Bitte nicht einsteigen. Na, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Bremse nur leicht lösen. Aber gut, ja, ein Bar. Das ist eigentlich auch wenig genug. Auch eine komische Aussage, wenig genug. Naja. Ein Widerspruch in sich selbst. Ja, also wirklich, besten Dank nochmal an Matthias. Also ich glaube, du fühlst dich, also der Matthias, der gemeint ist, der fühlt sich auf jeden Fall zu 100% angesprochen. Und ja, ihr werdet ja wissen, ob ihr Matthias heißt und ob ihr Geld gespendet habt. Also wirklich an der Stelle nochmal allerherzlichsten Dank. Ich werde sehen, dass ich davon in Zukunft neue Hardware kaufen kann. Und wahrscheinlich wird es eine Grafikkarte werden. Mal schauen. Und im Grunde genommen profitiert ihr ja dann alle davon. Weil ihr seht dann natürlich alle einen viel, viel, viel schöneren Train Simulator, als wie er ohnehin eh schon erscheint, sag ich mal. So, hier dann die Wachsamkeitstaste beteiligen. Wieso hat denn das jetzt nicht funktioniert? Also ich habe Wachsamkeit betätigt. Ihr habt es gesehen. Ihr seid meine Zeugen. Da gab es einen Fehler. So, PZB frei, um diese Zwangsbremsung zu lösen. Also, ja quasi zu quittieren. Ich habe wirklich Wachsamkeit gedrückt. Also dreimal sogar. Das muss ja reichen, oder? So, wir geben Füllstoß. Geht es ein bisschen schneller. Den Rest macht der Zug von allein. Natürlich Nullstellungszwang nach einer Zwangsbremsung. Für uns geht es dann mit VMAX 40 bis zum nächsten Signal. Sifa wird quittiert. Das kenne ich eigentlich gar nicht so von Virtual Railroads Räumaterial, dass das solche Faxen macht. Zumal es ja sogar noch eine Strecke ist von VMAX. Aber na gut. Wir sind alle nur Menschen und ich würde nur sagen, auch die Entwickler machen irgendwo mal ein paar Fehler. Ja, Sifa, ich bin da. Gerade bestes Beispiel mit der Sifa gewesen. Eieieiei, was sehe ich da? Ich glaube Silberlinge. Wir werden zu schnell, glaube ich, noch. Könnte böse enden. Wollen wir natürlich nicht. Der 500er wird gleich gewiss kommen. Und wenn wir unartig sind und zu schnell fahren, dann zischt es ein weiteres Mal. Ja, Sifa. Ja, hier drüben. Schön. Das war auch cool. Erst kommt der 500er und dann hier nochmal das Zwischensignal. So, auch das Signal müssen wir bestätigen. Wenn es nach Regelwerk geht. Ja, das müsste man, glaube ich, Schleichfahrten nennen. Ich glaube, die kommen sich auch ein bisschen veräppelt vor unsere Fahrgäste. So oft, wie wir hier anhalten müssen. Na gut. Ach, genau. Direkt grün geworden. So, da brauchen wir jetzt nichts bestätigen. Lediglich das Signal dann, ja, mehr oder weniger, also hinter dem Signal uns wahrscheinlich befreien. Ach, super. Ist schon von allein ausgegangen. Einwand frei. Zur Sicherheit im Simulator trotzdem nochmal die Freitaste betätigt. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. In echt, wenn es ausgeht und die 85 sich beruhigt, dann können wir so verbleiben und normal weiterfahren. Höchstgeschwindigkeit war ja jetzt 130. Ja, sie fahre. Und nächster halt dann singen in 11 Kilometern. Obwohl, ich glaube, ein bisschen zu viel Leistung. Ich weiß jetzt nicht, ob die 101er dann hinten Radschlupf entwickelt. Das hören wir hier dann auch relativ schlecht. Aber ich glaube, wir würden es auf jeden Fall an der Kilo-Newton-Anzeige sehen. Der Zeiger würde dann so ein bisschen hin und her zittern. Liegt dann einfach daran, dass der Kontakt zwischen Rad und Schiene gestört ist. Und die Achsen eben nicht greifen. Optional könnte man dann sanden. Zuvor aber natürlich erst Leistung rausnehmen. Und dort hinten auf dem Berge, da thront die feste Singen-Hohentwiel. Oder einfach die feste Hohentwiel. Bei 130 angelangt, wird die Leistung rausgenommen. Wir speichern zwischen. Weil ich selbst weiß, hier wird es arbeitsspeichertechnisch sehr kritisch. So, einmal hier ganz kurz alle Sitzpositionen im Führerstand durchgegangen. Oder Kamerapositionen. Okay. Ich bin doch wach, ich bin doch wach, liebe Sifa. Okay. Boah, schön. Bisschen mehr Leistung wieder aufschalten. Noch gelten 130. Ja, bis dahin ist es nicht mehr weit. Mal noch in die Transporter-Position gewechselt. Ja gut, der Transporter hat die Kamera in der Regel nicht auf dem Gleis liegen. Sollte er zumindest nicht. Kann sehr böse enden. Zumal es für das Kameraleben nicht so sehr zu empfehlen ist. Und ja, macht sowas nicht. Also auf keinen Fall zu nah oder auf dem Gleis filmen. Wenn dann aus sicherer Entfernung. Und damit meine ich wirklich sichere Entfernung. Und immer schön die DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung beachten. Wenn ihr Personen filmt, dann diese um ein Verständnis fragen. Ich bin noch wach. Ich bin noch wach. So, und wenn die feste Hohentwiel komplett erscheint, dann ist für uns der, ja, am Arbeitsspeichertechnisch kritischste. Platz erreicht. Ah, hier gibt es zwei Burgen. Okay. Dann war das wahrscheinlich eine andere Festung. Also das hier hinten würde dann die feste Hohentwiel sein. Das ist wirklich so entspannend in dem Steuerwagen zu fahren. Mal nicht ständig. Ja, mal nicht ständig. Die Fahrmotoren, die man hört. Und so weiter und so fort. Also wirklich sehr toll gemacht. Ja, ein paar Nachladeruckler gibt es hier auch. Aber ich glaube, es lag jetzt eher hier am Rahmen, weil der voll war. Oh. So, mal schön runter bremsen. Halter warten. PZB möchte mal wieder nicht. Hat mal wieder ein paar lustige Anzeigefehler. Deshalb gehen wir aufs sicheres Tor. Mit anderen Worten, wir bremsen direkt auf 40 runter. Na, nee, ausschalten wollte ich sie nicht. Automatik. Äh, schalten Sie mal komplett ein. Die Fahrmotorlüfter hinten an der Lokmotive. Oh, oh, oh. Was erwartet uns denn hier? Das ist aber gar nicht gut. Das darf aber gar nicht sein. Uiuiui. Ja, dann mal fix den Hörer vom Zugfunk gegriffen. Und zum Vordienstleiter durchtelefoniert. Das hätte hier einen Auffahrunfall geben können. Wenn ich nicht so langsam gefahren wäre. Was stimmt denn hier nicht? Ein Fahrloch, oder wie? Das ist gar nicht gut. Also wirklich sehr gefährlich. Das hätte nicht vorkommen dürfen. Ja, jetzt ist die Frage. Wie geht's für uns weiter? Und würde er zu weiter fahren? Ja, dass die Überfahrt nicht genehmigt ist. Das ist mir klar. Habe ich mir schon fast gedacht. Mal schauen, wie ist denn der Fahrweg gestellt? Naja, da müsst ihr eigentlich weiterfahren können. Aber sowas darf eigentlich einfach nicht auftreten. Also es hätte wirklich, wenn es auch in echt gewesen wäre, es hätte hier einen sehr schönen Unfall geben können. So, jetzt die Frage, wo befinden wir uns denn auf jeden Fall kurz vor Singen, ne? Ja gut, die Weichen sind jetzt hier für mich nicht stellbar. Da müssen wir einfach abwarten. Derweilen, ne, die Trainspotter-Position, die wollte ich jetzt nicht. Ja, wir können uns mal ganz kurz hier hinten mit der Lokomotive befassen. Und uns das RIP hier nochmal richtig anschauen. Also wie gesagt, Baureihe 101. Hier sehen wir noch die Länge, 19,10 Meter. Also sie ist nicht kurz. Lokomotive 0,94. Wir arbeiten hart für jede Sekunde Pünktlichkeit. Ja, das sehen wir ja gerade. Und hier nochmal die entsprechenden Mitarbeiter wahrscheinlich. Ja, schön diese Vernetzungsgrafik. Zukunft Bahn. Hier die Bremsgewichte. Und hier werden benötigt, um dann die Bremshundertstel des Zuges zu berechnen und dann somit unter anderem auch die entsprechenden, ja, PZB-Zugarten dann zu konfigurieren. Und auf der anderen Seite selbe noch einmal. Wir haben jetzt zwei schicke Pantografen auf der 101 montiert. Ja, oben so auf dem Dach drauf gibt es eigentlich relativ wenig zu zeigen. Da ist tatsächlich das meiste in die Lokomotive hinein verschwunden. Und hat alles schön platzsparend in der Lok untergebracht. Oben nur ein paar Lüftergitter und so weiter und so fort. Aber viel mehr ist da für uns nicht sichtbar. Ja, der Intercity-Wagen. Auch ganz klassisch. Ich glaube, ich muss jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wir stehen aktuell hier im Bahnhof Singen Landesgartenschau. Singen Landesgartenschau? Genau, Landesgartenschau. Nee, Landesgartenshau. Singen Landesgartenshau. Okay, soll wahrscheinlich Landesgartenschau heißen. Ja, steht auch unten so da. Ein kleinen Fehler entdeckt. Mal eine entsprechende Meldung an VR rausgeben vielleicht. Mal gucken. Hat sich wahrscheinlich noch keiner beschwert. Sieht schon irgendwie lustig aus. Dass es nicht aufgefallen ist, auch beim Platzieren. Also ich meine, die Tafel ist ja jetzt auch nicht nur einmal aufgestellt. Wird ja hier an dem Bahnsteig dreimal, sehe ich jetzt. Ja, dreimal aufgestellt. So, und wunderbar. Der Zug ist verschwunden. So, und da wir als Triebfahrzeugführer natürlich nicht wissen, was uns erwartet, fahren wir mit Schrittgeschwindigkeit gleich weiter. Wahrscheinlich, ja gut. Das Vorsignal oder Zwischenvorsignal, Signal-Zwischenanzeiger zeigt noch halt erwarten. Von daher ist es relativ klar. Wir dürfen jetzt nicht schneller als 25 sein. Denn, wow, nicht so viel aufschalten. Da hat ich mich jetzt auf der Tastatur verdrückt. Ja, wie gesagt, weil der Leuchtmelder hier unten 85 leuchtet dauerhaft. Ich meine, gut, das Signal hier ist zwar auch nicht mit einer Gleiskoppelspule gesichert, aber meinen Satz, den kennt ihr ja. Wir bestätigen Signale und keine Gleismagneten. Ja, wir fahren mit Schrittgeschwindigkeit, das reicht. So, und da die PZB gerade eben schon rumgezickt hat, verlassen wir uns nicht darauf, dass jetzt hier vorne grün sein wird. Weil es hätte jetzt sein können, dass wir in dem Zwischenstück, wo wir zwischen Zwischensignal und Gleiskoppelspule sind, hätte sein können, dass da das Signal umgeschalten hat. Und, was es jetzt in unserem Fall hier auch getan hat, also haben wir jetzt hier nochmal schön einen, ja, ich sag mal, bahntechnischen Zwischenfall abgebildet bekommen. Und wenn dann entsprechend 500 Hertz eben nicht aufleuchtet, dann kann es heißen, dass das Signal entweder vorne grün geworden ist, oder eben hier in dem Fall Langsamfahrt anzeigt. Ja, genau, und mit 30 geht es hier nur weiter für uns. Und schon wieder natürlich Halter warten. Was auch sonst. Wie gesagt, Intercity Schneckenexpress. Irgendwie möchte die PZB heute nicht so richtig. Wir werden gleich mal im nächsten Bahnhof schauen. Eventuell können wir das beheben. Mir schwebt da schon sowas vor. Boah, schön dieser Blick. Man muss doch sagen, das Wetter ist heute richtig geil. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu spät an unserem Zielbahnhof ankommen. Wir hatten ja jetzt doch ziemlich viele Zwischenfälle. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal dem Szenarioersteller Bescheid sagen. Weil das ist echt ein ziemlich gefährlicher Moment. RBH 151er, Doppelpack, 143er hinten dran. Und dann die SITFA Autotransporter. Ein schöner Autotransportzug. Auf der rechten Seite sehen wir von der BLS eine 186, glaube ich. Oder 185. Eine 486, genau, dann ist es eine 186. BLS Cargo. Wieder die 218. Wieso sage ich in letzter Zeit ständig 218? 218 mit einem schönen Lätzchen. Das klingt immer so süß. Ja. So ist es halt mit Babys. Wobei die 218 kein Baby ist. Eher ein ja ausgewachsenes Dieselmonster. Und nein, bitte tötet es nicht, bevor es Eier legt. Die 218 ist eine schöne Baureihe. Dort vorn ist grün. Für uns also freie Fahrt dann. Aber, obwohl wir sind ja hier in Singen-Hohentwil. Ja, cool. Das ist hier nur als Singen gekennzeichnet. Dann halten wir hier in Singen-Hohentwil natürlich an. Lassen hier auch die Fahrgäste ein- und aussteigen. Und dann geht es entsprechend weiter. Singen-Hohentwil. So, Türchen auf. Und alles einsteigen. So, lassen wir mal gucken. Irgendwas stimmt hier mit der LZB, PZB und Sifa nicht. Denn die Leuchtmelder, die leuchten lustig weiter. Mein nächstes war die Instrumentenbeleuchtung, die wollte ich nicht. Ich wollte einen Leuchtmelder-Test durchführen. Okay, jetzt scheint es wieder zu klappen. Wir, achso ja, klar. Erst PZB bei uns. Sifa können wir natürlich auch einschalten. Das macht keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir die aktivieren. Und die LZB, die darf aber erst zwingend im Nachhinein eingeschaltet werden, nachdem die PZB bereits aktiv ist. Gut. Die Türen sind geschlossen. Jetzt haben wir hier alles schön auf einen Streich gemeistert. Bremse war sogar schon gelöst. Das darf eigentlich auch nicht sein. Fahrtrichtungswende geht wieder in Vorwärtsstellung. Wir verlegen den Zugkraftwäder auch nach vorn. Wir schalten uns hier drinnen wieder die Führerstandsbeleuchtung ein. Und dann geht es für uns raus aus dem Bahnhof. Ja, wir haben jetzt immer noch die 30 zu beachten, mit denen wir hier einfahren durften. Und dann darf 70 gefahren werden. Obwohl, was steht am Signal dran? 60. War ja klar. Wieder eine Beschränkung. Und dann geht es bis nach Radolfzell. Ein schöner Bahnhof. So, Wechselblinken wird durch die Freitaste eliminiert. Und dann jetzt aufschalten bis auf 60. Ja, siefer, siefer, siefer. Ich bin doch wach. Ich bin doch wach. Ich schlafe nicht so schnell ein. Also solltet ihr irgendwann mal in meinen Videos bemerken, dass ich eingeschlafen bin, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber es ist mir bis jetzt auch noch nicht vorgekommen. Also ich habe es zwar auch schon hinbekommen, Train-Simulator so spät abends zu fahren, dass ich teilweise Probleme damit hatte, die Augen offen zu behalten. Oh cool, hier unten werden 70 angekündigt, obwohl wir hier eigentlich eine 60er Beschränkung hatten. Ich habe jetzt hier nirgends mal einen Aufhebungspfeil oder ähnliches gesehen, aber okay. So, Ende des Weichenbereichs. Ab hier dann 160. Ah, doch ein bisschen schneller als 140. Alles klar. 185. Schön mit entsprechenden Rangiere daneben. Die Triebfahrzeugführer sind ja recht selten in so einer Kleidung unterwegs. Ja, siefer. So, dann zeig uns mal, was du kannst, liebe 101er. So, hier ist jetzt auch kein Radstopf hörbar. Das macht sie ganz souverän. Sehr schön. Und wie immer gibt es natürlich den Train-Simulator unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch für den Train-Simulator interessiert, dann würde ich euch, ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann würde ich euch bitten, den bei Interesse eben über die Videobeschreibung zu bestellen. Das Ganze ist natürlich ein Affiliate-Link. Was das ist, ist unten in der Videobeschreibung erklärt. Ein Link, über den ich entsprechende Provision erhalte. Wenn darüber getrackte Verkäufe getätigt werden. Und ja. Die City-Wagen. Also jetzt nicht der, in dem wir drinnen sitzen. Die gibt es bei TTB. Train Team Berlin. So, wir müssen jetzt noch Leistung wieder rausnehmen. Nicht zu schnell werden. Und ja, sollte sich irgendjemand dazu animiert fühlen, ja, dem Kanal ein bisschen unter die Arme zu greifen, dann würde ich mich natürlich darüber auch sehr freuen. Und ja, das könnt ihr gerne mit einer kleinen Spende tun. Und zwar gibt es dazu auf der, ja, Kanal-Webseite einmal einen Spenden-Link und natürlich auch jedes Mal unter jedem Video, ich glaube ganz unten als ein letztes aufgeführt, von Donation Tracker, dort können entsprechend über Paypal, ja, Spenden getätigt werden. Ich nehme auch sehr, sehr gerne Paysafe-Karten entgegen. Kann ich auch verwerten. Also muss nicht zwingend über Paypal geschehen. Auf jeden Fall, vielen Dank an all diejenigen schon mal vorab. Ich bedanke mich auch jedes Mal nochmal persönlich bei entsprechenden Spendern und Kanalunterstützern. Und ja, in diesem Video danke ich eben, wie gesagt, dem Matthias sehr, sehr, sehr dolle. Jo. Und ich muss auch euch, euch als Community, wirklich nochmal ganz, ganz, ganz großen Dank entgegenbringen. Einfach wirklich dieser tolle Support von euch, auch gegeneinander, nicht gegeneinander, untereinander, wollte ich sagen, hat mich wirklich sehr beeindruckt in der letzten Zeit. Auch was ihr mir ein Feedback gebt, wunderbar, wunderklasse. Also echt stark, wirklich ganz großen Love. Ja, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Und da bin ich euch wirklich auch dankbar dafür. So, erfolgreich runtergebremst haben sollten wir bereits. Sehr schön auch die Stimmung da oben in der Sonne. Aber wir haben sogar noch ein bisschen zu weit runtergebremst. Ja, und es geht gleich weiter. Auf 70 runter. Und ja, so sieht's aus. Was haben wir denn hier drüben? Eine 185 auch wieder? Genau. Ohne DB-Logo sogar. Interessant. Ja, hier kommt jetzt auch gleich der Bahnhof von Radolfzell. Dort vorne ist er schon. Ja, wir haben ja schließlich durch diese kleine, durch diesen kleinen Zwischenfall, haben wir etwas an Zeit verloren. Und dann hier ganz sauber runter bremsen. Oh, schön, das Geräusch vom Führerbremseventil. Dieses Klack-Klack. Die einzelnen Rastungsstellungen. Wunderbar gemacht, wirklich. Einen anderen Ausdruck gibt's dafür einfach nicht. Also wirklich erstklassig. So, wir bedenken, wie gesagt, äh, Triebkopf. Ja, Triebkopf nicht. Triebkopf ist nur am ECE. Steuerwagen, wollte ich sagen. So, wir öffnen die Türen. Und dann möchte wohl keiner einsteigen. Doch, da hinten. Da hinten gehen die Türen auf. Nur hier vorne. Hier vorne traut sich wahrscheinlich keiner rein. Ja, das ist die Stauchzone. Bei eventuellen Unfällen. Türen sind geschlossen. Ups. Nächster Halt. Konstanz. Gleis 3. Wunderbar, genau. Das K als Richtungsanzeiger kündigt uns auch den Bahnhof Konstanz an. Und ich merk's auch selber gerade, so ein bisschen werd ich müde. Bei mir ist es zwar jetzt nicht, äh, 19.32 Uhr. Sondern irgendwas mit 22 Uhr. Aber ich möchte natürlich für euch das schöne Video hier heute noch fertigstellen. Und deswegen ziehe ich das natürlich am Stück durch. Ja, und falls von euch auch. Und auch einige noch an Gewinnspiel interessiert sind. Vor kurzem wurde auf dem Kanal ein Gewinnspiel, wie erwähnt schon, veranstaltet. Und ihr könnt euch da entsprechend mal, ja, das letzte Video anschauen. Dort wird direkt am Anfang nochmal davon gesprochen. Und ja, wer eben Interesse hat, teilzunehmen, kann dies gerne tun. Das Einzige, was ihr dazu machen müsst, ist das Video, wo dieses Gewinnspiel, sag ich mal, ja, angekündigt wird. Dort müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr müsst den Kanal dazu natürlich abonnieren. Und ihr müsst in die Videobeschreibung einen, oder unter der Videobeschreibung einen kleinen Kommentar hinterlassen. Wieso ihr denn unbedingt, ja, am Gewinnspiel teilnehmt. Oder was euch denn am Train Simulator so erfreut. Ich weiß nicht, als ich es gesagt habe, Däumchen nach oben müsst ihr euch auf jeden Fall noch geben. Und, ja. So, so viel dazu. Das nur als kleine Info. Wie gesagt, wer halt Interesse hat, kann dort gerne noch teilnehmen. Okay. So, Konstanz. Genau. Letzter Bahnhof dann für heute. Dann habt ihr es geschafft. Ich glaube, sogar, nee, also 50 Minuten war, glaube ich, nicht für das Szenario angedacht. Ich glaube, 60 sogar. 60 müssten es sein, ja. Na, jetzt hat es dieses mal zum Glück nicht so geruckelt. Manchmal hat der Transom-Nor einfach dieses Problem, dass wir beim Übergang in die Außeninsicht, oder überhaupt, wenn ich manchmal mit der Kamera rumspringe, dann kommen so bestimmte Grafikfehler. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil es kommt auch nur für einige Sekunden. Der Ton bleibt in dem Moment eigentlich relativ normal. Ich hoffe einfach nur, dass es euch nicht stört und dass man davon absehen kann. Wieder mal eine Regionalbahn mit Wittenberger Kopf hinten dran und vorne war es, glaube ich, eine 143, ne? Ich konnte es jetzt im schnellen Vorbeiziehen nicht genau sehen, aber ihr könnt natürlich jederzeit das Video ein Stückchen zurückspulen und nachschauen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare hinein, lese ich mir in jedem Fall durch. Manchmal gehen mir auch ein paar durch die Lappen, das dann bitte nicht übel nehmen. Das lag dann natürlich nicht daran, dass ich euren Kommentar überlesen habe oder nicht lesen wollte oder nicht beantworten wollte. Also ich nehme mir da wirklich jedes Mal die Zeit dazu und versuche da alles zu beantworten. Aber manchmal, sage ich mal, geht auch durch YouTube mir einigst durch die Lappen, was ich dann eben nicht sehe. Tut mir auch dann wirklich leid. Also an der Stelle entschuldige ich mich auch mal für alle Kommentare, die ich vielleicht nicht beantworten konnte oder überlesen habe. Passiert einfach zwischendurch. Das ist natürlich auch eine unendlich große Masse, was da täglich an Nachrichten bei mir so einflattert. Bitte, das müsst ihr auch an der Stelle wirklich verstehen können. Und ja. Ach man, die Siefer ist aber heute echt lästig. Sehr aufdringlich. Gut, wenn wir das geklärt hätten, dann können wir in Ruhe weiterfahren. So schön. Im Abendlicht so langsam reinfahren in die Dämmerung. Das mag ich immer sehr. Allein die Strecke Konstanz-Villingen, die, ja, ich sag mal, die ruft, ja, in mir irgendwo immer so dieses Gefühl, ja, Trainsimulator macht mir wieder richtig Spaß, ähm, ja, hervor. Und, ach, einfach wunderbar. Also ich persönlich kann wirklich für diese Strecke nur meine größte Empfehlung aussprechen. Auch jetzt nach diesem kleinen Bug, den wir da eben gesehen haben. Also ich glaube zwar nicht, dass, äh, VR da entsprechend drauf eingehen wird, aber, weil, so ein Update zu machen, das, äh, bedarf eben auch immer, sag ich mal, relativ viel Zeit. Natürlich muss es dann auch wieder eingespielt werden, äh, die entsprechenden, äh, Assets müssen überschrieben werden. Es ist nicht immer so ganz einfach, wie man sich das, äh, ja, ausmalt. Aber das ist eine andere Geschichte, und damit wollen wir uns jetzt hier nicht belasten. Ich hab mir schließlich als Ziel gesetzt, euch jedes Mal bei jedem Video ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und daran möchte ich mich auch halten. Uiuiui. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, ich hab jetzt gerade gefühlt einen Herzinfarkt. Also wenn einem sowas im echten Führerstand passiert, dann... Uiuiui. Auf jeden Fall aufspringen, Notbremsen noch schnell einleiten und dann raus aus dem Führerstand. Da kann man wirklich nur noch die Beine in die Hand nehmen und rausrennen. Also ich bin jetzt richtig, richtig geflasht. Mal ganz kurz den Puls fühlen. Ja, ist alles noch okay. Meine Güte. Eine Fahrt mit Überraschungen. Aber sie kamen heute wirklich nicht so kurz. So, das müssen jetzt hier auch schon die ersten Konstanzer Bahnhöfe sein. Ne, reichen noch ist das noch. Ja, jetzt bin ich aber wachsam, was hier Bahnübergänge angeht. Also da hätte auch eine Schnellbremsung nichts mehr gebracht. Da habt ihr das jetzt wenigstens mal, ja, sag ich jetzt mal, live erleben können. Was auch tatsächlich Triebfahrzeugführern in Deutschland so taktisch nicht passiert. Oder was heißt passiert? Ja, was auf die zukommt. Und das sind eben auch wieder so Schattenseiten am Beruf des Triebfahrzeugführers. Also für alle, die nicht wissen, was der Triebfahrzeugführer ist, umgangssprachlich als Lokführer bezeichnet. Aber ja, viele Berufe haben eben auch teilweise auch solche krassen Schattenseiten. Und da muss man natürlich entsprechend auch vor der Berufswahl darauf achten. Uns jetzt hier als Hobby-Lokführer kann da relativ wenig passieren. Im Simulator tut es nicht weh. Ich meine moralisch vielleicht und seelisch, ja. Ja, aber so physisch eigentlich nicht. Boah, schön, wenn die Luft diese Geräusche entfacht oder, ja, sag ich mal, einstimmt. Klingt einfach geil. Ja, langsam Fahrt wurden uns angekündigt. Und im Normalfall bremsen wir dann immer auf 40 runter. Ja, wachsam, 60er-Tafel. Ja, vor Konstanz ist es, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber ist es ein bisschen tricky. Da kommt einiges an Bestätigung auf einen hinzu. Und dann halt noch mit Sifa. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad zwar, ja, schon, aber minimal. Also es ist nicht so krass, dass man sagen kann, mit Sifa ist es extrem schwer zu fahren. Man muss sich da am Anfang auf jeden Fall dran gewöhnen. Aber, ja, ist, glaube ich, wie in jedem Simulator, in jeder Lokomotive. Ein bisschen Eingewöhnung und Einspielzeit gehört da einfach dazu. Nicht schneller als 40 werden. Wow, habe ich mich jetzt erschreckt. Ah, eine Baustelle. Ich habe jetzt nur hier die Signaltaffel gesehen und dann dachte ich so, oh, oh, gar nicht gut. Aber deswegen auch die 40, wir werden hier ins Gegengleis geleitet. Ich weiß gar nicht, wurde uns das gesagt vorhin? Ich glaube schon, ich dachte davon, was gelesen zu haben. Ja, genau, die Wagen hier, die müssten von 3D-Zug sein. Ich glaube, die sind sogar Freeware. Die müssten sogar Freeware sein. Aber schnell weg da. Konstanz Petershausen. Ja, Schienen. Und keiner da, der arbeitet. So, mit 50 geht es dann ab hier weiter. Sehr schön. Ja, hier die verkleinerten Signalbarken. Können wir uns mal ganz kurz noch anschauen. Das ist mir aber die kleine Variante von dieser Signaltaffel hier. Und kündigt dann eben Vorsignal an. Ja, wir dürfen 50 fahren, ne? Hat mir irgendwer gesagt. Ein Stimmchen hat es mir ins Ohr geflüstert. Ah, komm doch mal schnell. Wachsam. 50 müssen wir natürlich nicht ausfahren. Und dann geht es gleich weiter mit der 40er-Tafel. Alles schön quittieren. Und die Siefer natürlich auch nicht vergessen. Ach man. Ich höre das einfach gerne. Da muss ich auch so geringfügige Abbremsungen vornehmen. Also wir haben ja bei der PZB in den meisten Fällen eben einen Toleranzbereich von 5 Stundenkilometern. Was auch zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit angeht. LZB-Technisch kann man ja weitaus schneller fahren als mit PZB. PZB geht nur bis 160. Und ab 165 zum Beispiel, das ist so dieser Toleranzbereich, der einem da gegeben wird. Erst ab da wird dann tatsächlich die Zwangsbremsung ausgelöst. Davor passiert noch nichts. So, wir haben dann Halt erwarten. Und in Konstanz endet dann unsere Fahrt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert und unter dem Video einen Kommentar hinterlasst. Verewigt euch doch einfach mal dort. Gerne könnt ihr euch auch dazu animieren, auch gegenseitig das Video zu teilen. Dazu gibt es extra unter dem Video einen Teilen-Knopf. Das Ganze könnt ihr gerne über Facebook, Twitter, Instagram, ja auch direkt als Link gerne teilen. Und wäre ich euch sehr dankbar dafür. Vielleicht könnt ihr euch auch mal mit euren Freunden über die Videos hier unterhalten. Vielleicht hegen ja einige ähnliche Interessen. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr darauf freuen, auch wieder neue Zuschauer auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Bin schon sehr gespannt auf eure Antworten und Kommentare unter dem Video. Und freue mich da sehr drauf. So, Zoll. Ja, gibt es natürlich hier auch. Bevorstehend ist ja natürlich hier der Grenzübertritt in Richtung Schweiz. Ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Aber ja, in die Schweiz geht es dann. Wir fahren den Zug natürlich gleich noch in die Abstellung. Keine Angst. Und bei HP0 natürlich auch 500 Hertz. Auch wenn wir jetzt hier die abweichende Signalstellung haben. Und ja, die Türen, die sollte ich irgendwie mal aufmachen. Einige Minuten bin ich natürlich noch bei euch. Wie gesagt, also schaut euch auch gerne mal die Links in der Videobeschreibung an. Wie gesagt, also da geht es zum Train-Simulator und so weiter und so fort, wo ihr den kaufen könnt. Und jetzt noch in die Abstellung fahren, den Zug. Ja, ich freue mich schon auf den Befehl 40-Taster. So oft, wie wir den auch in letzter Zeit betätigen dürfen. Oh, das Relic erschaltet das so wunderschön. Ja, und ich genieße den PZB-WF 40-Taster. Drücke ihn deswegen jetzt schon. Hui! Und das Lämpchen leuchtet. Ja, schön langsam jetzt fahren. Sifa ist natürlich auch noch dabei. Und diesmal habe ich dich nicht vergessen. Liebe Sifa, ich habe deinen Leuchtmelder gesehen. Dort hinten sehen wir auch gleich nochmal die Schweizer Bahnsignale. Ich glaube aber, wir sehen hier auf der Strecke Konstanz-Flinge lediglich ein Vorsignal. Ein Hauptsignal ist mir hier tatsächlich noch nicht entgegengekommen. Ist ja auch nur auf diesem kleinen Reststück eben hier im Konstanzer Bahnhof. Und nicht weit von uns entfernt. Natürlich auch der schöne Bodensee. Größter See Deutschlands. Hier sieht man ihn nochmal. Was heißt, hier sieht man ihn nochmal. Hier sieht man einen Ausschnitt von ihm. Und sehr interessant auch hier. Ein Bahnübergang befindet sich auf Schweizer Seite. Und der andere auf deutscher Seite. Wurde mir zumindest so mitgeteilt. Ich hoffe, ich kann mich hier auf die Aussage verlassen. Und dann ist das das Gleis, wo wir heute, oder wo ich heute das Video beenden werde. Ja, tatsächlich. Hier auf der linken Seite ein Hauptsignal auch noch. Schweizer Hauptsignal. Und ich freue mich wirklich ungemein, dass ich das hier mit den Lokomotiven in den Griff bekommen habe. Weil die TTB-Loks, die hatten bei mir so ein paar Problemchen. Die sind dann als Geisterzug teilweise eben umhergefahren. Und, ja. Auch das haben wir im Griff bekommen. Oh, hier sollen wir mal ein bisschen stärker in die Eisen. Wir wollen den Prellbock schließlich heute nicht küssen. So. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die sich das Video bis zum Ende hineingezogen haben. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch auch mal, ja, meine anderen Videos und Playlists anschaut. Ich verabschiede mich, sage allzeits gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß auf dem Kanal.